Infizierten-Killer! Ja, ich hab's mir überhaupt nicht getroffen, aber den meisten Devils gemacht hast du! Alter, dafür, dass ich eigentlich nicht wirklich groß draufballern konnte die ganze Zeit, weil ich eigentlich aufpassen muss, dass ich nicht zu nahe komme, hab ich nur ordentlich weggepratscht. Alter, hier, der Witcher-Killer, der Witcher-Killer! Der Witcher-Killer! Der musste weglaufen. Alter, dreimal in die Fresse gespuckt und dann ging das, ey. Du hast ganz schön heftige Spruppe, du, wenn das da so der Witcher-Killer... Ich hab's ja ordentlich in die Fresse, ey. Was ist hier gegeben? Rar. Mit voller Wucht rein in die Fresse. Er hat mir jetzt das Medikin geklaut. Ich hab's geklaut! Ja, gut, achso, mich hat schon irgendeiner von euch geheilt. Hm, wo lang? Wartet doch mal! Ich nehm hier immerhin auf, und wenn ihr eines könntet, blickt das nix! Das Beste ist die beiden, die auch nehmen, sind eh grade hinten. Das ist ziemlich witzig. Hier ist ein Radpfanne! Beste Woche ever! Naja, Radpfanne muss ich ja eigentlich nehmen, ne? Ich bin die Frau und so. Ich bin die Küche, oder wie? Ja, war das denn, hab ich ja in die Zähne mit Sarah-Zahar. Ich renne jetzt aus dem Zoo und brüll ab in die Küche. Incoming! Ich hab nen Smoker! Incoming! Hatte einen Smoker! Von hinten! Von hinten! Oh! Defender! Dann lauft weg von dem Incoming! Vorsicht! Ja! Mach mal weiter, wer ist schneller? Incoming oder wir? Ich würde sagen, ihr. Oh, ein Charger! Oh, ich hab nen Charger, Alter! Oder hab ich mal gesagt, Defender hat den Charger! Ja, voll den Charger! Oh mein Gott! Ihr habt keinen Schaden, ihr habt einen Charger! Ach Leute! Warte! Ich war erst so schnell! Hat sich damit gerade erledigt. Ja, klick dich noch mal! Irgendwo hat's noch im Drehen! Hätte er so ein Bild voll in die Fresse geschossen! Ja, das ist typisch! Aber es tut sie mich retten, damit sie mich dann später weiter kleben, kleben können! So aus dem Motto, wenn nicht einer töte, dann ist sie das! Also ich meine, nö, das darf sonst keiner! Ich darf, ich darf ihn retten und ich darf ihn töten! Ist ja meins, von daher! Genau! Das, das zu dem Thema, ich bin deins, das ist überdenken wir nochmal, oder? Nein! Hier gibt's Tabletten! Kennen wir? Ich hab dich gepachtet, also! Mach mich drauf! Ja, manchmal sitzt da ne Witch hinter! Ja! Ich hab auch jetzt ne Kettensägel! Möcht jemand ne Kettensägel? Nein, ich hab da gerade Zeit! Ich hab nen Defi! Ich hab nen Defi! Er ist ne Witch! Vorsicht! Wo ist er, wo ist er? Lass! Nicht trau! Ey! Doch! Ich wollt jetzt auch mal! Witch ist gut! Au man! Au! Doch nicht auf mich! Wenn dann hab ich ja den Witch Prügel! Ähm, nicht mehr! Ich wollt jetzt auch mal! Ich hab den Prügel für die Witch! Solltest du jetzt vielleicht doch ne Falle nehmen! Waffe und Adrenalin sagen möchtest! Jockel! Alter, ich treff gar nix! Dann uns das nächste Mal nimm das Dubo auf! Ohne Menge genug! Äh... Falls ihr Adrenalin habt, das solltet ihr dann auf jeden Fall nutzen! Ich hab Pillen! Ich bin glücklich! Ne, ihr werdet doch gleich brauchen! Der Schreiter und ist tot! Verdammt! Ich komme nicht durch! Stein im Weg! Aua! Heiß! Oh, ich liege! Warum auch immer! Du bist ein Zombie! Ja, du warst schon nem... Splitter außen... Außergefecht bis jetzt! Du musst dir mal nen neuen Splitter kaufen! Ich bin kein Zombie, Leute! So! Schankedön! Hier sind Midi-Kills! Wupu! Fällig gut! Vielleicht! Vielleicht! Vorbeidrängen! Ja! Ihr macht das auch nach der Wiese! Das ist natürliche Auslese! Ja! Die Einzelnen und Schwachen werden sterben! Sowieso! So, Kinders! Ich starte... Äh, bleibt immer eine da vorne! Äh... Hier! 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 So! Hier! Hier! Die sind auch noch Kanister! Die brauchen wir nicht! Es wird einfach gerannt! Welche Richtung in die? Die... Äh... Ja... Du solltest nicht unter der Brücke stehen! Sollte ich nicht? Hab ich so das Gefühl! Doch, 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 doch! Okay, doch! Uh! Nicht unter der Brücke, aber bei der Brücke! Ich hab grad irgendwas gehört! Und Smoker oder sowas! Ich weiß nicht! Es geht los, Kinders! Incoming! Und Smoker! Oh, ja, ja, ja! Smoker hat mich! Boah, ich häng dir gerade wieder! Geil! Wow! Brücke! Die Brücke hoch! Die Brücke hoch! Wo muss ich sagen? Ach da! Die Brücke hoch! Aber ich komm mit dem Anhänger gar nicht runter! Ah! Immer! Werzer, schieß den direkt neben mir, Alter! Lauf, lauf, lauf! Der Self-Focus direkt da vorne! Einfach rein! Einfach rein! Alter, so jeden verrecken lassen, der nicht da ist! Danke! So! Sollten vielleicht noch die Typen hier drin... Komm rein! Die Zombies halt nicht nur alle fest! Aha! Hey, 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 Leute, Leute! Wenn ihr alle schon wieder aussehen... Total zer-boller-zer-fuck! Ja, wir sind halt echt die Kerle wie wir gehen aufs ganze Länder, wenn dann erst... So, wir sind jetzt am Bahnhof! Wo möchtet ihr hinfahren? Ähh, besser gar nicht! Die Bahn kommt immer zu spät! Ich kenn mich da aus! Ja, okay! Das ist aber nicht die deutsche Bahn, das ist die amerikanische Bahn! Kann man nicht sagen, wie die ist! Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber es ist eine Bahn! Die kann nicht gut sein! Das ist eine Bahn, oh mein Gott! Das könnte auch eine Eisenbahn sein! Aber ich würde gerne mit der Bahn fahren! aber er hat er auch gerne an der Leyen wochen die das ist nicht Telefon aus ist nicht das auch gehört die Mütze da die Veränderung so schön er ist schon mit deinem Handy hat ein Mikrofon gerade eingefunkt und hat gesagt hey ich bin auch noch da auch Quatsch Quatsch wenn ich von mir es ist sehr glücklich ist wo es um eine große Moni Zehmonie ab dem Fall in denen sind die Gäste die Gäste wieder zu finden von gefunden aber die Gäste die Gäste mehr die Kapp die Gäste und die Neuen Lade nach ja das ist der Weg Und dann rumhäumen, wir haben incoming von hinten Der Zombie wollte einfach nicht sterben Alter, mal ein bisschen auf das incoming achten Die Fender wurde da grad mächtig auf Krügel Der verträgt das, der braucht das Der steht auf Schläge Ich glaub, die Fender hätte lieber ein Stück Wie bitte? Hier oben ist der in 16 Ich bin mit meiner AK ganz glücklich Ich bin schon schwanger von ihr Oh, okay, hm, was wird's? Deswegen kann ich sie jetzt einfach fallen lassen Nur oder Mädchen, was wird's? Ich weiß noch nicht, wir lassen uns überraschen Ah, das ist doch schön Ich werde, glaub ich, ne Ridsch Äh Ich werde ein Zwillinge Ich werde ne Ridsch-Vidsch Habt ihr schon einen Namen? Danke, 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 wir freuen uns sehr Da ist der Ridsch jetzt Oh, na klar Oh, warte, ich geh auch Ja, ja Irgendwo hier draußen Ich höre ein Jockel Jockel hat ihn auch Ich hab ihm Jockel getötet Ich hab ihm Jockel getötet Da ist die! Möcht euch ja nicht hier unruhigen, aber hinter uns so macht Viecher Wir waren grad mit der Witch-Vidschatten Braum, probiert das Lass das jemand mit der Shotgun machen Oh, fuck, fuck, fuck Danke Ich sag doch, da ist ein Smoker, aber Nein Vorsicht! Shut up! Hände an die Mäute aufgewiegelt Shut up! Oh, ja! Das ist mein Albo! Was ist fuck? Wo bist du denn? Alter, werdet hier Feuer gelegt! Welcher Hunde! Kalons hat eben Feuer gelegt Ich kann meine Maus gar nicht Ich kann das gar nicht gewinnen sein, ich hab grad keinen Molo Wo ist die Fender überhaupt? Ach, da vorne ist er Ja, ich steh in der Molchere Ich kann meine Maus nicht bewegen Ähm, warum? Das ist auch ne gute Frage Ich versuch mich perfekt Oder noch nichts bewegen Ähm, mal raustappen Zum Punkt gehen da rein Was macht ihr da? Ich versuch hier grade den Leuchten abzuretten Erfolglos Ich weiß, dass ich da jetzt den Molotow werfen muss, ne? Ich würd's nicht, ich würd's umbilden Ach, außerdem Du hast den Molotow weg Äh, wir haben den Molotow weg Wir haben den Molotow weg Wir haben den Molotow weg Ich will nicht gehäten, also muss den Molotow werfen Ich bin zwar kein Arzt Aber du wirst noch einen Leuchten Job am Leben Äh, die X und Y-Achse funktionieren nicht mehr Ich kann nur noch in eine Richtung gucken Das sieht toll aus Äh, ja Ähm, okay, sieht gut aus Ich würd's sagen, nach hinten laufen, nach hinten laufen Ja, warte, 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 warte Ich geh mal eben so Ich lass uns ja mal kurz beschützen, bis was hat Ja, es passiert halt Ich geh so lange Munition nachladen, damit ich ihn besser beschützen kann Ah, 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 ah Ah, jetzt hab ich den Text geöffnet Äh, den Text, den Chat mein ich so Ich kann wieder gehen So schön Müsst du doch einmal den Stecker mal rein schieben Oh, schieben ihn rein, ganz tief Und sachte Oh, ja Und so fällt runter und haut die erstmal den Bühne Und Talons auch, ich geh außenrum, ist das okay für euch? Ich geh mal in der Idiot Ich geh außenrum Oh, sieh da her Ich hab nen Smoker, die Fender Du bist der Einzige, der mir grad noch helfen kann Jaja, ich bin auf dem Weg zu euch Ich bin auf dem Weg zu euch Ich bin auf dem Weg zu euch Wir kuscheln hier, das ist doch gemütlich, aber was hat's denn? Oder hab ich mit kuschelt? Kann der nicht mehr schießen, wenn der neben mir liegt? So, jetzt kann ich mal einer heilen Ich bin nicht grau Ich kann dir den Molotow anbieten, wenn du möchtest Ja, toll, dann bleib mal schnell Ich mein Medikid für dich wieder Opfer, ney Schlimme Durchsicht Du hättest das gar nicht, wenn das Medikid nicht weggenommen ist Ja, ich voll gekostet Ja, und das war's dann für mich Das hab ich davon, dass ich dich retten will, ey Ich fällt sogar wieder hoch Das hab ich davon, dass ich dich retten will Das hab ich davon, dass ich dich retten will Ja, ich soll nur Raum wochen da Ich auch noch nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er tot ist oder lebendig Das war dann nicht tot Okay, ja, ich hab schon recht Ich hab nichts Schmerzmittel geben am Arsch Ich bin tot als Vortex scheißspiel Ja, ich lebe sogar noch relativ gut Der gut achtet sich leben, aber hey Ich bin grau, alter, ich hab nur noch 24 Leben und bin grau Ich brauche Medikid aber schleunigst Aber gerade nicht, geht schlecht Aber zumindest noch viel Das hab ich davon, dass ich Talons retten wollte, ey Ja, dann solltest du tatsächlich aber mal ein bisschen rumlaufen und erkunden Vielleicht findest du ja noch, ne, ne, gut Wollt sich aus Netzer hüpfen, schlecht die Idee Tö, 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 tö Irgendwie ist überhaupt weiter, aber ich hab auch gar keine Ahnung Kämpfe sind jetzt nicht Case Hey, nur ah nie achten Nein, schau dich Heinz haelen nicht erwischt so muss vor uns oder ja ja aber und spektakommen weg weg rennen in der Welt wir werden das guter Schleifte vor dem Wort das ist keine Folgen auf jeden Fall ich habe keine Ahnung wo der Scheiße drin gekotzt hat Ja, ich sehe ich schon Sagt er, sagt er, wir sind auch nicht und wir rennen alle weiter, oder? Nein, ich bin doch noch hier, hallo, hallo, guck mal, hier, gut, gut Ich weiß, dass du noch da bist, was ist noch da? Die anderen zwei Die Fender hat mich jetzt erst mal gerettet Die Fender hat mich gelten Ja, ich hab dich auch schon gerettet, ja Ja, wie, bei mir ist was anderes, ist aber nett, nicht nett Oh, jetzt hält ihm hoch Oh, wie bei mir einfach grad mal das ganze Licht ausging, läuft Puh, danke mal Ich hab jetzt einfach nur noch einen fetten Sonnenuntergang und Das ist mal ne heftige Grafik grade Okay Nett, nett to know Nicht, dass du gleich plötzlich dann rausfliegst und das war's dann, das wäre ja etwas ungünstig Ja, pfff, wenn, ne, wirst du sehen Äh, ja, sehen nicht, aber wahrscheinlich eher hören, weil ich dann nämlich nichts mehr höre von dir Ich merke, es war jetzt grade richtig hell und auf einmal so, puf, dunkel und nur noch so ein Sonnenuntergang Und der Rest war eigentlich fast schwarz Äh, okay Das ist romantisch Da fehlen ein paar Texturen, das kommt mir bekannt vor Finale in der Erfahrung Ich hab deinen Tod etwas romantischer gestaltet, als du hast Oh, danke, danke, danke Ich weiß es zu schätzen Am besten wie euer Date da hinten Am besten wie euer Date da hinten